Grüßt euch meine Lieben und wieder willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Uploads sind abgeschlossen, äh nicht abgeschlossen, abgebrochen. Was ganz anderes. Und wir spielen auf meiner Lieblingskarte. Ach, ist das hier, ist doch ein Traum. Ist das ein Traum und ich hab natürlich die Shotgun in der Hand. Äh, ui. Schade, da war jetzt niemand. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir hier irgendwo einen. Einen weggenatzt. Wollte ich jetzt sagen, weggewichst, aber, ne, wäre grammatikalisch, äh, unrechtend. Verdammt, das war der Falsche. Verdammt, langer Lauf. Einmal da. Geh weg. Scheiße. Ups, fast wieder Falscher. Ja, klar, okay. Einmal das, äh, wegwerfen. Und dann hier hoch. Ficken. So, Rude Fucker. Wo ist er? Wo ist er? Komm her. Komm her. Komm her. Ich will dich, äh, ich will dich machen. M-m-m-matschen. Wo ist er? Komm her. Es gibt's doch gar nicht. Wo sind denn die Gegner? Komm her. Ah, okay. Camper. Also von uns. Schönes Ding. Fick mich doch. Shit. Grad schießen. Es dauert zu lange, bis der abdenkst, abdrückt. Wenn das so weitergeht, äh, nehme ich eine andere Waffe. Aber ich bin hier der Ultra, Ultraschnelle, ne? Das ist der quickest one. Ja. Nein. Scheiß drauf. Andere Waffe, neues Glück. Das sind wir auf mir mal. Andere Waffe, neues Glück. Generell neues Glück. Hups. Ah, ich hab natürlich keine Granaten. Geil. Das fällt mir ja früh ein. Einmal. Einmal der. Ah. Dreckscamper. Mensch. Das muss doch nicht sein hier. Na. Wichser. Komm, gib mir die zweite Waffe. Danke. Danke für die Shotgun. Da kommt da noch einer. Ja. Und von hinten kommt die Sau. Haben grad gesehen. Und da oben ist einer. Den natze ich noch schnell weg. Sag ich doch. Radar hilft immer. Wichser. War mir klar, dass der Muschi-Lobber da noch kämmt. Entschuldigung. Für den Ausdruck. So. Einmal nachladen. Einmal weiter geht's. Ich hab immer noch. Ich hab keine Granaten. Ich hab gar nichts. Fick. Na? Scheiße. Überall sind die Gegner. Einmal weiter. Mal gucken, ob der da immer noch kämmt. Nee. Nee. Ah. Fuck. Scheißrate. Hab ich irgendwas zum Werfen? Ich hab gar nichts hier zum Werfen. Top. Das läuft ja hier prima. Das ist ja, äh. Famos ist das. Ach so. Ich hab. Ich vergesse das die ganze Zeit. Ich hab mir mit Jaren nichts. Da. Ha. 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 Wo hat denn der mich jetzt getroffen? Ach, Jungs, Mädels. Das ist doch. Das ist doch zum Heulen hier. Das ist doch echt zum, äh. Kinderkriegen. Immer weiter kämpfen. Wir liegen vorn. Ja, natürlich liegen wir vorn. Oh, scheiße. Ich wollte gerade hüpfen. Hüpfen, aber hat nichts gebracht. Shit. Ach so, ich hab hier, hier hab ich ja gar nichts. Kein leiser Markierer, kein nix. Aber da war ein Gegner. Ich hab ihn gesehen. Na, wo bist du? Hab dich gesehen. Oder auch nicht. Oh, schöner Blitz da hinten. Top. Kannst ja hier losgehen. Da, hier, ne, ne. Hier, links, ne. Rechts. Ne. Links, rechts. Ach, komm. Fick. Spen. Na. Sieg. Wir haben gewonnen. Ha. Das wird unsere Generäle zufriedenstellen. So, ist das hier? Ach ja, hier. Guck mal. Oh, das ist ja mies. Ja, komm. Wir wissen, dass er tot ist. 47er Level. Hier, es wird langsam Zeit, dass ich wieder Prestige kriege. Denk ich mal. So, was haben wir denn? Doppelabschuss. Schönes Ding. Lobby verlassen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja. Könnte man was anderes gebrauchen. Ähm. Wisst ihr, was ich jetzt nehme? Nein, das wollte ich nicht. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Shit. Wir haben den Vorteil verloren. Wie lange geht das denn schon? Ach, das ist noch nicht lange. Der Einsatz wurde autorisiert. Wow. Jetzt habe ich mich aber erschocken. Wir gewinnen diesen Kampf. Ach, toll. Das bringt uns ja nichts, wenn wir den Kampf gewinnen. Verbündete Drohne nähert sich. So, ich habe doch hier gerade jemanden auf dem Radar gesehen. Ah, ha, ha, ha. Ach, toll. Wir haben die Führung verloren. Hm, shit. Ja, das war gut. Ich renne raus. Ja, gebratzt, aber getroffen. Drecksack. Ich habe irgendwie einen Scheißping, merke ich gerade. Erzähl damit. Ja, Entschuldigung. Aber ich muss mir auch die Punkte irgendwie zusammen schustern. Nein, habe ich noch. Dann laufe ich jetzt mal hin und her. Hoi, jung. Na? Ja, natürlich. Der hat mich auch direkt gesehen, ne? Was habe ich denn hier? Wow, ich habe eine Drohne. Das ist ja mal hier richtig hardcore. Drecksack. Ja, ich sage doch Scheißping. Jetzt läuft es hier irgendwie. Ach, Mist. Ja, ich habe wirklich... Alter. Guckt euch das nochmal an. Das sind ja Zustände. Meiner? Ja. Was habe ich denn hier... Alter, was ist das? Drohne nähert sich. Ui. Jetzt geht es hier aber los. Fuck. Alter, was ist das Scheißping? Abschuss bestätigt. Wow. Okay, was das jetzt war, weiß ich nicht. Aber war gut. Zornabschuss. Na dann. Ja. Zorn könnte man das wirklich hier nennen mit dem Ping. Alter. Das sind Zustände hier mit dem Host. Na, wo hängt es? Will keiner. Och ja. Hier, wieder eine Drohne. Darum kommt einer gleich. Ja, oder auch nicht. Scheiße, ich laufe komplett falsch. Alter, was ein Ping. Ja, da kommt er doch. Schussbereit zum Einsatz. Och ja. Och ja. Abschuss bestätigt. Ein verbündeter Todbringer läuft warm. Ja, so geht das auch. Abschuss bestätigt. Ach, Scheiße, Mann. So, was haben wir denn hier? Können wir... Können wir nochmal hier hin pflanzen, oder? Komm, gib mir den Todbringer. Dann mach ich nämlich den Rest hier fertig. Hier, schöner Kopfschuss. Abschuss bestätigt. Aha. Ach, Todbringer ist zu langsam, wenn ich damit laufe. Och ja. Schon das Geschütz hinüber gemacht. Toll, danke. Abschuss bestätigt. Ah. Hätte er mich jetzt gekillt, hab ich ausgerastet. Abschuss bestätigt. Mhm. Mhm. Fragt mich nicht, wieso das grad so gut läuft, aber es läuft grad gut. Huch. Wo kam der denn jetzt her? Ja, komm, gib mir den Todbringer. Wie viel steht's denn? 50. 50 für uns. Ja, da füllen wir ein bisschen, ne? Schade. Also, bitte. Das Ding hab ich noch mitgenommen. Auch wenn der Pink immer noch für die Füße ist. Abschuss bestätigt. Aber der ist total für die Füße. Scheiß Pink. Wow. Ich komm mir nicht weg. Toll. Ei, was ist das denn? Warum? Arschloch. Wenn ich den nochmal sehe, ist er wieder dran. Wenn sowas hinterrüchsig ist, scheiße. Na, nicht getroffen. Zu schade. Wichser. So. Jetzt reicht's aber auch mit dem Teamkill. Bei noch einer, da bin ich draußen. Das muss ja nicht sein, ne? Ich hab grad ne gute Death... Ne gute KD. Hab ich mir sagen lassen, heißt das. Gott. Scheiße. Alter, was ein Ping. Ich muss hier unbedingt raus. Also von dem Server. Das geht ja hier so gar nicht. Ich will diesen Hundesohn nicht mehr sehen. Ja, geht doch. Der ist schon mal weg. Wo ist denn? Scheiße. Mist, der ist ihm hier näher gelaufen. Ach komm, was ein Drecksficker Ping. Oh ja. Na komm. Kommt doch her. Einer ist weg. Na, den hab ich nicht getroffen. So, dann ist das Spiel ja endlich fertig. Ich möchte der Beste bleiben, wenn's recht ist. Oh. Nice Shot. Wenn der nicht gut war, der war auch gut. Na. Boah. Hier war ich ja noch nie drin. Glaub ich. Einmal da rüber. Und hoffen, dass da einer reinläuft. Na komm. Wir gewinnen diesen Kampf. Oh, jung. Hör doch auf damit. Abschuss bestätigt. Ach, ich hätt doch nach links schauen sollen. Hab ich noch was? Ne, ich hab sonst nix zum Ding. Es sind keine Drohne, kein nix. Abschuss bestätigt. Hey. So. Läuft doch. Die Zeit ist fast um. Hier kommt noch einer, oder? Hier. Ne. War nett. Oh, knapp. Hilfe. Abschuss bestätigt. So. Bestens. Ach, grad die Drohne gedingst. Scheiße. Blöd gelaufen. Na, ich seh's jetzt grad. Toll. Gut gemacht. Yes. Yes. Gut gemacht, Fields. Bereithalten für weitere Befehle. Also, ich find, ich war gut. Alter, 29. Ich hab... Jeden Abschuss hab ich bestätigt, könnte man sagen. Geil. Nicht schlecht. Also, natürlich hab ich ein paar aufgesammelt, ne. Aber hier. Ordentlich. Ich bin ja gar nicht mal so schlecht gewesen. Yes. Gut. So, in dem Sinn, ich mach jetzt hier nochmal einen Schnitt, weil der Ping ist mir zu heftig. Und, äh, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, mein Erleben. Also, bis deine. Haut rein.